hallo zu meinem heutigen video heute geht es jetzt mal darum unter ubuntu linux version 12.04 64 bit in einer virtuellen umgebung windows zu installieren denn es gibt ja immer wieder solche ausreden dass wir irgendwelche personen sagen ja ich habe da noch eine software die läuft die bräuchte ich halt und ja und das läuft nur unter wien linux windows sorry und da kann ich natürlich abhelfen denn ich kenne von vielen eigentlich eher die umgekehrte version dass man windows 7 als hauptsystem installiert hat und in einer virtuellen umgebung dann mit linux arbeitet wenn man wirklich nur ein oder zwei programme sowie office oder irgendeinen anderen exotisches teil auf seinem rechner installiert hat das nur unter windows läuft dann empfehle ich eigentlich gerade umgekehrte richtung denn mit windows die mit windows braucht ihr viel mehr ressourcen auf eurem rechner unter linux das heißt wenn ihr als hauptsystem hier linux installiert habt dann habt ihr ein gefühlt schnelleren rechner also ihr habt den gleichen rechner nur unter linux habt das gefühl er läuft schneller ich werde jetzt einfach mal hier auf einer anderen ebene wechseln so da bin ich und hier habe ich meine hotel box und wer da eine neue umgebung einrichten und da schreibe ich einfach mal in sieben ja dann schreibt hier weiter ich habe jetzt ein system mit arbeitsspeicher wird nämlich gleich von vornherein angefordert anzugeben da gebe ich jetzt mal ja wie viel angeben ich will 32 bit windows 7 ja vielleicht ja zu circa drei gigabyte eine festplatte erzeugen ein virtual box disk image nämlich hier können verschiedene image versionen wählen also iso version wählen aber wir nehmen die voreingestellte und dynamisch dynamisch heißt das ist die größe der festplatte also wenn ich jetzt im vorfeld sage ja das windows 7 betriebssystem braucht von vornherein mit update circa 50 gigabyte ja das muss man mal auf der zunge zergehen lassen 50 gigabyte mit kompletten updates ohne dass irgendwelche zusätzliche software installiert ist dann muss ich sage ich mal mindestens 80 bis 90 eher 100 gigabyte dynamisch reservieren was heißt dynamisch reservieren dieser festplatten platz wird nur dann in anspruch genommen wenn wir das auch tatsächlich brauchen das heißt auch wenn wir jetzt angeben 100 gigabyte höhende 7 haben wir trotzdem die 100 gigabyte unter linux noch zur verfügung die ist nicht gleich abgegeben also weg oder so die feste größe würde genau das bedeuten das würde wir sollten 100 gigabyte feste größe und genau dieser platz wird auch für windows 7 reserviert linux kann damit nicht mehr arbeiten und der platz ist einfach weg und für windows 7 bereitstehend ja das macht keinen sinn des nachdem wir die dynamische größe und klicken auf weiter jetzt wird eben von vornherein eine festplatten größe von 25 gigabyte vorgeschlagen erfahrungsgemäß wird das nie im leben reichen deswegen machen wir hier erst mal 100 gigabyte und kriegen weiter wir haben hier noch mal eben das dem pfad wo unser iso image eben dann abgespeichert wird von windows 7 das stimmt alles so und jetzt haben wir erzeugen mit drei gigabyte arbeitsspeicher erzeugen was wir noch tun können ist der grafikkartenspeicher da ich hier eine leistungsstarke grafikkarte verbaut habe kann ich hier ruhig hier die volle stärke die 3d besteuerung 2d besteuerung mit einschalten und dann haben wir auch eine relativ leistungsfähige relativ weil wir wollen unter diesen windows 7 nicht spielen oder so sondern wir wollen unter windows 7 wirklich nur arbeiten so jetzt starte ich diese virtuelle maschine und gleich am anfang bestätigt erst mal das wird jetzt gefragt wo liegt denn jetzt dass die cd ich vermute jetzt mal im richtigen laufwerk ja im blu-ray laufwerk und sagt starten also ja das war schon mal falls ihr sehen könnt ich beende mal die virtuelle maschine es ist gar nicht mal so schlecht dass das jetzt mal so passiert dass ihr das seht ich hoffe dass diesmal nicht das richtige laufwerk ausgesucht habe diese meldung aber nicht mal gezeigt haben und ab jetzt startet eigentlich ganz normal die windows 7 installation die die meisten kennen sollten wenn nicht dann sehen sie das ja jetzt ich werde hin und wieder mal immer das video stoppen und dann vorspulen so dass das nicht zu lang für euch ist ich stoppe jetzt mal und wir sehen uns gleich wieder ja wir sind mit unserer windows 7 installation in den nächsten paar minuten durch das ging aber jetzt wirklich ja eine gute halbe stunde normal bei so viel daten ich glaube die erste installation liegt zwischen 20 und 30 gigabyte bei windows 7 mit 32 bit und dann kommen halt die ganzen updates und die ganzen treiber und so über das internet rein so per to per und irgendwann mal sind ist man relativ schnell bei 40 gigabyte und ja ich hatte schon installationen wo ohne jegliche software allein als windows mit jeglichen updates eben dann ungefähr 50 gigabyte auf einer leeren festplatte belegt hatte das ist enorm wenn man es mit jetzt linux vergleicht das linux so braucht circa 10 gigabyte und ja auch apple also mac os braucht um einiges weniger ich würde hier einfach mal schreiben v für virtuell so v dr ubuntu passt vielleicht nicht zu windows aber ist ja in der virtuellen umgebung wir brauchen hier keine passwörter automatische updates sind empfohlen und wir machen mal hier ein heimnetzwerk das möchte ich hier auch minimieren und wir können hier eigentlich jetzt schon anzeige in den vollbild modus wechseln so und haben eigentlich hier schon unser windows 7 das passt sich nach natürlich alles an bleiben noch mal eine sekunde drauf ich kann hier die anzeige in den vollbild modus wieder zurück nehmen es geht eine weile bis windows hier drauf ist ihr seht hier ratert gerade die platte so jetzt ist windows fertig eingerichtet wir müssen jetzt nur noch hier in der maschine die gaserweiterungen installieren sagen ja ihr seht dass die gaserweiterung hier heruntergeladen werden unter windows 7 oder windows allgemein die gaserweiterung zu installieren ist überhaupt kein problem das geht auch relativ zügig wir sind auch gleich durch und danach können wir auch eben die hardware benutzen wir mal hier unter systemsteuerung ja system sicherheit das ist dann gut da sehen wir eben dass dies jetzt eine drei tage version ist die treiber nicht noch installiert werden danach haben wir das erledigt ja vbox windows additions auswählen das geht jetzt dann relativ flott ja weiter weiter und da x3 d unterstützung geht das nicht ja ja okay das geht jetzt gar nicht orakel vertraue mir jetzt mal immer das ist so immer die gleiche prozedur ich will es euch nur zeigen falls ihr euch da unsicher seid ab jetzt wird eine runtergeladen installiert klar das hat mir zugestimmt aber jetzt geht es definitiv wirklich um die hotelbox erweiterungen gleich müssten wir durch sein nach den installationen von dem vmware eben treibern oder vtl box treibern sorry von der vtl umgebung muss das windows neu gestartet werden und das habe ich jetzt gerade eben veranlasst gleich müsste hier das windows logo kommen und wir kommen dann auf die windows oberfläche so jetzt sind wir so weit nach unserer vm virtual box erweiterungen gas erweiterungen gehen wir mal rein und tun mal einfach hier anpassen ja unsere anzeige auflösung hier haben wir jegliche möglichkeiten nach oben zu gehen wir gehen einfach hier anzeige auf vollbildmodus einschalten einschalten und danach haben wir hier eigentlich unser windows und jetzt können wir ganz gewöhnt unsere windows programme hier installieren können mit windows arbeiten und wenn wir dann halt genug von windows haben dann minimieren wir das wieder die anzeige die anzeige voll windows modus hier verlassen und können dann wieder raus in unsere in unsere linux welt ich hoffe das video hat euch bisher was gebracht und ihr habt die möglichkeiten erkannt vielleicht auch für euch wie ihr auch linux verwenden könnt also einfach linux als haupt system und dann in der virtuellen umgebung eben windows 7 so bis zum nächsten video wenn euch dieses video gefallen hat dann bitte bewertet es kommentiert es es würde mich freuen bis zum nächsten mal heute unter dem unter dem